Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und es hat sich eingebürgert, dass zum Pfingstfest ein Grußwort an die Gemeinden gegeben wird. Und so möchte ich das auch heute halten, also ein Grußwort an die Gemeinden geben. Das Grußwort, das wir dieses Jahr in die Seele uns legen lassen wollen, steht in Lukas 18 im Vers 27. The word of greeting for Pentecost, which we want to incorporate into our souls, is found in Luke 18, verse 27. Da heißt es, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und hier können wir reden, die Dinge, die unmöglich sind mit Männern, sind mit Gott möglich. Auch heute stellen wir manches Mal fest, dass wir schnell an unsere Grenzen kommen. Wie schön ist es dann aber zu wissen, bei Gott gibt es keine Grenzen. Und wenn es hier heißt, bei Gott ist das alles möglich, dann möchte ich das noch etwas abwandeln und sagen, mit Gott ist das alles möglich. Und wenn wir uns diese Kraft versichern, dieser Kraft versichern und diese Kraft in Anspruch nehmen, dann können wir tatsächlich Dinge erreichen, die dem Menschen ansonsten nicht möglich wären. Ihr wisst es, ich habe es schon im Voraus bekannt gegeben, dass heute ein Stammapostelhelfer beauftragt werden soll. Ja, und das soll jetzt geschehen. Mein lieber Bezirksapostel Schneider, ich bitte dich hierher zu kommen. Und ich will eigentlich anfangen mit dem Wort des Herrn, handelt bis dass ich wiederkomme. Und das bedeutet, dass wir als Menschen auch planen, müssen, soweit wir das eben können. Und da ist es nun auch so, dass ich hier den Ruhestand vor Augen habe, meinen eigenen Ruhestand vor Augen habe. Es ist schon gut, wenn vom Stammapostel her die Verbindung zu den Bezirksaposteln weltweit ganz innig gestaltet werden kann. Ich sage es mal als Beispiel, insbesondere die Länder und Gebiete in Afrika betreuen wirst. Alles soll sich dann auswirken zum Segen für Gottes Volk weltweit. Ja, so mein Lieber, so sieht das aus und nun möchte ich dir eine Frage vorlegen. Ich frage dich hier vor Gott und der großen Pfingstgemeinde. Willst du die Beauftragung als Stammapostelhelfer annehmen? Willst du deine ganze Kraft einsetzen? Dass das Werk Gottes sicher und klar weitergeführt wird, in Übereinstimmung mit dem Stammapostel? Willst du immerhin führen zur Verlendung? Willst du die Brüder und Schwestern lieben, überall auf der Welt, nicht nur in deinem bisherigen Bereich? Wenn das so dein ernster, tiefer Wunsch ist in deinem Herzen, dann bekunde bitte jetzt in diesem Augenblick dein Ja-Wort dazu. So, mein lieber Bezirksapostel, hiermit beauftrage ich dich, als Stammapostelhelfer zu dienen. Ich lege in den Händedruck hinein den Wunsch, dass du mit viel, viel Kraft und Weisheit im Namen des Herrn, des Dreieinigen Gottes dienen kannst. Und dass die Gotteskinder überall glücklich und selig werden, wenn sie dich in deiner Kraft und in deinem Auftrag erleben können. So geh mutig in die Zukunft. Die Engel des Herrn werden dich geleiten. Wir werden in allem eins sein, sodass da kein Unterschied zu sehen ist und die Geschwister weiterhin sicher geführt werden hin zum Ziel unseres Glaubens. Die Brüder und Schwestern sollen sich wohlfühlen und wissen, dass sie einen Platz haben in deinem Herzen. Die Kinder von Gott sollen wissen und fühlen, dass sie einen Platz in deinem Herzen haben. Wir stellen uns hier noch einmal hin, ihr Lieben, damit ihr nun auch einen optischen Eindruck mitnehmt. Die Brüder und Schwestern die Brüder und Schwestern sollen sich wohlfühlen. Die Brüder und Schwestern sollen sich wohlfühlen. Untertitelung des ZDF, 2020